Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Sprachenforums International 2018 in Österreich, ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Mein Name ist Marie-Sophie Guntram, ich bin ehemalige Teach First Deutschland Fellow und habe zwei Jahre an einer Duisburger Gesamtschule gearbeitet, auch in den Sprachen. Danach war ich kurz bei der Bertelsmann Stiftung und arbeite jetzt als Consultant im öffentlichen Sektor für IMAP. Ich freue mich, mit Ihnen und euch folgende Thematik zu diskutieren. Was müssen Schülerinnen und Schüler heute überhaupt lernen? Welche Skills brauchen sie? What happens in the 21st Century? Ich möchte dabei mit Ihnen eine Reise durch Schule machen, Klassenzimmer ganz speziell. Ich möchte über den politischen Raum unsere Formanstrengungen sprechen und ich werde die Wissenschaft beleuchten und gucken, welche verschiedenen Paradigmen es heute gibt, um Kompetenzen zu erfassen. Und dabei wird es nicht so sehr um das Was gehen, sondern vielmehr das Wie und das So, denn Kompetenzen erfahren Schülerinnen und Schüler jeden Tag und das schon seit sehr langer Zeit. Es ist keine neue Erfindung. Ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Bis bald. Tschüss! Tschüss!